Ein Pfeil wird abgeschossen und zwar mit einer Geschwindigkeit von 100 Meter pro Sekunde aus einer Höhe von 1,7 Meter. Und gesucht sind jetzt die Geschwindigkeit, mit der er da einen Boden trifft, der Winkel und die Weite. Ich rechne zuerst, mache ich mal zuerst die Weite, das ist das Übliche und dann gesucht, also gesucht x ist gleich. Da gibt es eine Formel für diese, das ist eine Parabel hier, und für die gibt es eine Formel y gleich minus g durch 2v0 Quadrat mal x Quadrat. Das soll jetzt aufgelöst werden nach x, da habe ich gemerkt, da gibt es manchmal Schwierigkeiten. Also hier ist ein Mal, also geht es mit geteilt, also geteilt durch g und mal 2v0 Quadrat geht es rüber. Ich kann mir das vorstellen als ein y1 Teil, ja, und dann habe ich hier ein x Quadrat. Also mal 2v0 Quadrat dividiert durch g, das ist unten. Ich habe noch dieses Minus und muss dann noch die Wurzel ziehen. Genau, weil die, also hier bei dieser ganzen Wurfgeschichte ist hier 0, das heißt h ist eigentlich, machen wir gegeben, negativ. Gegeben h gleich minus 1, da da so, minus 1,7 Meter und dann fällt dieses Minus und dieses Minus, diese zwei Minus, sie heben sich auf. Beim waagerechten Wurf kann man sich merken, die Minus sind nie ein Problem. Wenn der Taschenrechner R sagt, kann man hier einfach das Minus weglassen. Jetzt einsetzen, so 1,7 Meter mal, ich brauche mehr Platz, also x gleich 1,7 Meter, das Minus habe ich schon weggelassen, mal 2 mal 100 Meter durch Sekunde, das wird quadriert durch 9,81 Meter Wurzel und ich komme auf 58,9, machen wir mal runden, 59, 59 Meter, fertig, das ist die Weite, ohne Luftreibung. Der reale, die reale Weite wird wahrscheinlich deutlich kleiner sein. Gut, für den Winkel und die Gesamtgeschwindigkeit rechne ich jetzt mal das v aus, wenn der Pfeil einfach so runterfallen würde. Also mein vy, das ist hier so, ich bin da quasi im freien Fall. Ja, vy ist gleich Fragezeichen. Da habe ich die Formel, v² ist 2as. Also während ich in der x-Richtung eine konstante Geschwindigkeit von v0 habe, die immer gleich bleibt, habe ich in der y-Richtung, genau jetzt bin ich hier, den freien Fall. Und dann habe ich hier vy² ist 2 mal g, die Beschleunigung ist, also das a ist das g, 9,81. Und statt dem Weg s schreibe ich h, also mein vy ist Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 1,7 Meter. Genau, eigentlich wäre hier ein, wenn man hier ein Minus nimmt, dann muss man auch hier ein Minus machen, weil es eine Beschleunigung nach unten ist. Also im freien Fall einfach Minusse ignorieren. Es gibt keinen Error, weil der Pfeil wirklich unten ankommt. So, mein vy ist ungefähr gleich, was hatte ich denn? 5,8 Meter, genau, 5,8 Meter pro Sekunde. Gut, und jetzt kann ich v ausrechnen. Also der wird nicht so besonders schnell aus einer Höhe von 1,7 Metern. Und ich habe jetzt die Situation, also ich bin jetzt hier, der Pfeil, kurz bevor der Pfeil da in den Boden knallt, hat er waagrecht immer noch die 100 Meter pro Sekunde. Senkrecht jetzt 5,8 Meter pro Sekunde. Eigentlich ist das aber alles nur so eine Überlegung, also so eine Idee, weil in Realität hat er natürlich diese Geschwindigkeit. Das ist sein echtes v. Ja, v ist gleich. Und dieses v rechne ich mit dem Pythagoras aus. Also v ist die, also v Quadrat ist v x Quadrat plus v y Quadrat und v ist eben dann die Wurzel aus 100 Meter durch Sekunde Quadrat plus 5,8 Meter durch Sekunde Quadrat. Und da komme ich auf 100, so 100,2 Meter pro Sekunde. Der wird also nicht wirklich viel schneller. Und in Realität durch die Luftreibung wahrscheinlich eher natürlich langsamer. Aber ohne Luftreibung würde er durch den, da würde jetzt hier so ein bisschen was dazukommen, durch diesen freien Fall. Und dann hätte er am Schluss diese 102 Meter pro Sekunde, mit der er in den Boden kracht. Spannender finde ich den Winkel. Ich habe hier ein rechtwinkliges Dreieck. Da, da, das ist mein Dreieck. Und zu dem Winkel ist, also die 100 sind ja auch noch hier unten, 100 Meter pro Sekunde. Das ist die Gegenkathete und das ist hier die Ankathete. Gegenkathete zu Ankathete ist Tangens Alpha. Also, Tangens Alpha gleich Gegenkathete zu Ankathete. Gleich 5,8 Meter pro Sekunde durch 100 Meter pro Sekunde. Das heißt, Alpha ist Tangens hoch minus 1 von 5,8 durch 100. Die Meter pro Sekunde teilen sich. Und es muss im Taschenrechner Deck eingegeben werden, weil ich Alpha nicht im Bogenmaß, sondern im Gradmaß haben möchte. Und dann komme ich auf 3,3 Grad. Also ein wirklich sehr kleiner Winkel, was auch logisch ist. 100 Meter pro Sekunde sehr schnell und damit steckt er da sehr spitz drin. Und das war die Aufgabe.